Ja, hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dein Light. Wir sind hier irgendwo. Keine Ahnung wo. Das ist aber noch nicht unsere Zone. Aber hier ist jemand, der was verkauft. Ohne es wird morgens. Sehr gut. So, unser Ziel ist nämlich noch ein Gasrohr und irgendwie haben wir zwischendurch dann auch noch einen Auftrag gekriegt, irgendwie Sachen zu besorgen. Nacht überlebt, ja. Unbemerkt, ja, war ja keiner da. Was gibt's hier Schönes? Peter, mh, lecker, lecker. Einfach das Rohr kannst du behalten. Okay. Kannst nicht schlafen, was? Dann schau dir doch stattdessen mal meine Waren an. Ich hab ein Sonderangebot für dich. Okay, zeig mal. Ne, danke. Weiß nicht, eigentlich mal unsere Zone. Was macht er dann hier? Aber ich hätte gerne eine andere Waffe jetzt. Und besuchen wir es jetzt den Weg zu anderen Rohr. So in die Richtung sein. Und ich finde den Weg nicht auch mal, doch. Langsam. Na, wir sind auf dem richtigen Weg, hoffe ich mal, glaube ich mal. Ach, ich und meine Orientierung. Ja, ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Kommen wir, nein, haben wir nicht. Irgendwo da drüben. Hier ums Eck. Nein. Es sind nur Felsen hier. Wo soll das denn sein? Da oben. Oh. Ich bin nur ein Stück entfernt. Hm. Das kann nicht so schwierig sein. Ist das wirklich irgendwo da oben? Einzudämmig für sowas. Lasst mich mal in Ruhe. Ich hab mich mal in Ruhe. Spust da hinten zu sein. Öfff! Ich bin wieder ganz vom Weg abgekommen. Ich bin wieder ganz vom Weg abgekommen. Ach, oder auch nicht. Dafür kriegst du jetzt eine. Du, lauf! Ach, ich bin wieder falsch hier. Es muss doch einen Weg nach oben geben. Ich bin wirklich desorientiert. Da kommen wir auch nicht hin. Über die Brücke? Was ist da? In die Richtung. Was ist da? Das macht wirklich keinen Spaß mehr. Wenn man so blöd ist, den Weg nicht findet. Ah, hier wenigstens noch so toxische... Toxisches Irgendwas. Flechte, glaube ich, war das, oder? Ich umrunde wieder das ganze Ding da. Die sind für irgendwas gut. Ich würde schon sagen, da kannst du nicht drauf. Hallo? Kannst du mich veralbern? Das ist ein Witz, oder? Das ist jetzt wirklich ein Witz. Nee, das ist ein Witz. Nee, das ist ein Witz. Ah, toll. Und die folgen wir jetzt auch. Ach, ich bin genervt von dem Spiel langsam. Weil ich keine Orientierung habe. Jetzt bin ich wieder auf dem richtigen Weg. Da kommen wir aber auch nicht vor. Dann nimm doch den Weg. Ich gehe jetzt einfach durch den Tunnel. Sorry. Soll das ein Witz sein? Äh. Sei kein Feier. Komm los, sein los. Ah, ich bin tot. Ah, okay, wir können durch den Tunnel. Ich bin immer drumherum gelaufen. Ich bin immer drumherum gelaufen. So leicht kommst du mir nicht davon. Oh, ich muss langsam sagen. Oh, ich bin sicher. Oh, ich bin einfach so. Oh, ich bin einfach so. Oh, ich bin einfach so. Oh, mein Gott. Oh, ich bin sicher. Oh. Oh ja, du sitzt in der Scheiße! Oh ja? Oder du? Oh, ne Pfeile wieder. Noch einen, danke. So, gut sind wir in der Nähe. Wieder zu uns gekommen. Wo ist er denn? Danke, dass du mir den Arsch gerettet hast. Ich stehe tief in deiner Schuld. Nur Attentäter, danke. So. Erst noch mal Karte. Schlechte Idee. Ich hab die Falschen genommen. Ich hab die Falschen genommen. Ja komm, ich hör auf zu schreien. Du nervst. Ja. Komm. So. Da müssen wir hin. Kommst du oder gehst du? Ja. Ja, geh doch mal. So aufgeregt. Lauf. 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 Ach, sie will nicht. Kopf weg. So. Oh, im Karton. Sauer. Blut raus, Leute. Nieder damit. So. Ob wir es finden, ist eine andere Sache. Ich bin wirklich zu blöd mit Orientierung, also. Ich verlaufe mich auch laufend in Zürich. Ich weiß nicht wohin. Das ist doch böse. Ich laufe genau drauf zu. Ist das dann im Tunnel oder wie? Sag nicht, du kommst jetzt nicht auf diesen blöden Fuß drauf. Ist das da oben? Keine Ahnung. Es wird mir da angebracht. Wo ist denn hier ein Weg nach oben? Im Tunnel? Nein, das kann nicht im Tunnel sein. Das muss da oben sein. Spieler. Ja, ist schön. Ich muss da hin. Im Tunnel. Ja, lest doch auch mal. Ich muss im Tunnel. Im Tunnel. Ich muss mal eben orientieren. Oh. 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 Kann ich Medikit bitte herstellen oder so? Bitte, bitte, bitte. Danke. Das ist eine Tür, oder? Dann muss ich rein. Das ist gut für mich. Die kommen alle ins Feuer. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. 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 Oh, oh. 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 Kann ich nicht zunnen? Oh, ich seh nix. Oh, ich seh nix. Oh, ne andere Waffe. Ich hab dich nicht erlaubt, also rum zu... Hier, das, oder? Endlich. Ach so, ah. Gut. Mein Gott, hab ich hier eine Sauerei veranstaltet. Aber es lohnt sich. So, viel Krams-Krams. Jetzt schnell nochmal auf die Karte. Wir müssen jetzt... Wohin? Dorthin, öffentliche Primärver... Okay. Okay. Das wäre dann... Um die Richtung. Ach, das ist hier bei dem Frück. So... Hier wäre das... Wie komm ich da unten rein? Nein. Durch ein Rohr. Kein Zierid. Nein. Dann tauch mal. Deswegen war der dicke da unten. Ich hab mich schon gewundert, warum der dort eingesperrt ist. Aber wir haben ihn ja schon vorher platt gemacht. So. Ach so, ah. Ich bin so verballt. Es tut mir auch leid. Ich spiele ja hauptsächlich nachts. Abends, spätabends bis tief in die Nacht. Ja. Komm jetzt. Äh, nach der Arbeit. Und jetzt? Sollte ich lieber da verschwinden, oder nicht? Ich hab die lokalen Ventile und die Hauptschleuse geöffnet. Oh, und die Ballastleitungen? Die was? Feurige Flatulenz. Muss ich Ihnen alles erklären? Sie müssen natürlich alle Ventile der blauen Leitung schließen, um den Druck auszugleichen. Und zwar flott, sonst fällt mehr Gas aus als bei Oma nach dem Telefon. Was? 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 Das wird nix. Das war's. Das sind zu viele. Im nächsten Leben. Das heißt aber auch im nächsten Part. Bis dahin. Adios.